Sie verweisen auf die Krisen Ukraine und Energie. Das Problem ist, unter all diesen Krisen leiden die anderen Länder in dieser Welt auch. Fast alle anderen Länder aber wachsen noch wirtschaftlich. Gucken Sie sich mal die OECD-Statistik für dieses Jahr an. Das einzige Land, weit und breit, wo die Wirtschaft schrumpft, ist Deutschland. Wir schrumpfen wirtschaftlich. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik.